so einen wunderschönen guten morgen und es war ein schönes wochenende an euch wir haben wirklich glück im mai wir haben doch ein bisschen glück im mai es soll jetzt so genannte wende kommen und zwar die wende ist auch jetzt schon gekommen wir haben mal wirklich die tage die jetzt kommen wirklich mit sonnenschein also wir bekommen möglich im mai noch die tage die jetzt kommen bekommen möglich also die tage die jetzt kommen wir bekommen mal wirklich noch sonnige tage das hätte ich zwar auch nicht gedacht bei den ganzen april wetter oder so genannten mammoth sumo wo es kein mammoth so in den sinne ist hätte ich auch nicht gedacht aber wir kommen im mai wirklich tatsächlich noch sonnige tage ins spiel natürlich geht das april wetter so fühle ich weiß auch leider weiter heute sind 14 grad mit drin nur halt bei den sonnigen tage die jetzt kommen so wie heute sollte auch zwischendurch bei gewittern also gewitter geben und regen ja danke was was hast du gesagt ich verstehe dich nicht ja es wird der großen wende kommt glaube ich leider noch ich habe mich jetzt geirrt sorry ihr wisst ihr was ich habe ihr wisst ihr was krank hat behinderung habe dass ich nichts dafür kann dass ich manchmal fehler mache also die große wende also die große wende kommt noch so viel ich war es die große wende kommt noch mit sonnenschein mit sonniges wettern mai jetzt heute also wenn man mutter ist gesagt hat kann ich nur für heute sonnenschein gemeldet ist auch guten startes wochenende und dann überhaupt wieder regen über pfingsten habe ich glaube ich gehört soll es regnen soll es schauer geben aber da war es drauf also nicht nicht drauf warten bis bis in pfingsten schauer regen kommt sondern wir warten darauf bis fingsten kommt mal gucken wie das wetter und danke bei es sehen wie das wird auf pfingsten das meinte ich ich meinte nicht dass wir nicht ich meinte nicht wir warten darauf bis regen kommt sondern ich meinte wir warten darauf bis fingsten kommt und da können wir es gucken wir es wird auf pfingsten kann man es beeinflussen ja sturmböen sind auch noch mit drin heute aber leichte sturmböen zum glück da ist auch schon die sonne da ist auch schon die Untertitelung des ZDF, 2020 Schade, dass ich jetzt oben bin. Sehr schade. Es sind nämlich eins, zwei, drei Amselweibchen auf der Wiese. Und bin ich. Unten sind die schnell abgehauen, wie ihr gucken könnt. Ja, da würde ich alle schon starten. Ich sage, es ist nur ein sonniges Wochenende, sondern ein sonniges Start ins Wochenende. Nur heute Sonne und dann überhaupt wieder regnet. Es ist, wie gesagt, Aprilwetter im Mai. Das bleibt ja auch im Moment. Und dann habe ich gehört, es soll die große Wende kommen. Ich schätze mal, die Woche, die jetzt danach kommt, also die letzte Maiwoche kommt, glaube ich, die große Wende. Da soll es schönes Wetter kommen. Bei der letzten Maiwoche, also bis zum 31. Mai, die letzte Woche. Also ich meinte, die letzte Woche bis zum 31. Mai. Ich glaube, dass da die große Wende kommt, mit schönen Wetter, mit schönen Wetteraussichten. Also die letzte Woche bis zum 31. Mai, die jetzt kommt. Da kommt, glaube ich, die große Wende. Sollte die große Wende kommen, mit schönem Wetter. Kann das sein, dass die große Wende erst im Juni kommt? In Juni. Dass erst im Juni die große Wende kommt. Kann auch möglich sein. Dass wir erst im Juni richtiges, schönes Sommerwetter kriegen. Sommerliches Wetter kriegen erst im Juni. Aber das ist noch bis dahin. Dann sage ich mal, bis dann, Freunde. Immer mehr, weniger.